Es gibt noch nicht allzu viele Websites, die sich mit Lightroom beschäftigen. Hier haben wir eine Auswahl zusammengetragen, die Ihre Arbeit mit diesem Programm hilfreich begleiten kann. Lightroom ist noch ein relativ junges Programm. Deswegen ist erstens Literatur zu dem Thema noch nicht allzu häufig, ganz im Gegensatz zum Beispiel zu Photoshop, wo es endlos Titel gibt. Auch im Web findet sich noch nicht allzu viel. Ich habe mir erlaubt, Ihnen ein paar Sachen zusammenzustellen. Die finden Sie auch auf der Linkliste.html im Ordner Rohmaterial auf dieser DVD. Ich zeige aber kurz ein paar Sachen her und zeige Ihnen, was Sie da ungefähr erwartet. Eine recht interessante Geschichte ist der Schweizer Marco Rutz, der einen deutschsprachigen Lightroom-Stichwortkatalog gemacht hat. Da gibt es einen Gratis-Katalog, der nicht besonders umfangreich ist und einen professionellen, der sehr viel mehr kann. Den kann man einfach dann in Lightroom unter Stichworte importieren. Das ist eine einfache Textdatei, die er hier gebaut hat. Die gibt es auch für verschiedene Formate. Bei Lightroom ist es, wie gesagt, eine ganz simple Textdatei und die kann man importieren. Und das ist ein hierarchisch sehr sauber geordneter Katalog, den Sie verwenden können für die kategorisierte Stichwortvergabe im Programm selber. Ich gehe mal hier hin auf eine Detailseite und da geht es schon zum Download. Also hier sieht man einfach das Handbuch dazu. Also die Sachen sind sehr ordentlich dokumentiert. Also das ist nämlich jetzt hier, soviel ich weiß, ein Zip-File und hier können Sie das Ding selber runterladen. Das ist also die Cool Colors Tools und dort eben das Ultra Tag. Da gibt es eine Light-Version und eine Pro-Version. Das ist wirklich gut gemacht, das Ganze sehr zu empfehlen. Dann gibt es an Ressourcen zu Lightroom einige ganz gute Websites. Die eine ist die Lightroom Killer-Tipps. Da gibt es immer mal wieder auch Videos und ziemlich interessante Hinweise. Das Ganze ist ziemlich nah bei dieser National Association of Photoshop Professionals und ziemlich nah an Adobe dran. Also gibt es meistens auch relativ frische Infos, wenn irgendwas Neues kommt und ist immer mal wieder ziemlich gut zu lesen. Ab und zu auch mal ganz interessante Tipps zu dem Thema. Also das ist eine von den wirklich besser besuchten Seiten. Und dann gibt es das Lightroom Forums Portal. Das ist also eher ein Forum, in dem einfach auch technische Sachen diskutiert werden. Und wenn ein Problem ist, kann man da mal was posten und bekommt dann auch eine Antwort, wenn man Glück hat jedenfalls. Das ist so eines der wenigen Foren, die zu Lightroom überhaupt existieren. Wie gesagt, das Programm ist noch relativ jung und sowas wächst natürlich auch erst im Laufe der Zeit. Bei Lightroom News haben sie auch wieder einen Blog zu dem Thema. Und das ist recht ausführlich, streckenweise mit ziemlich interessanten Dingen. Und hier zum Beispiel einfach ein Interview mit dem Phil Clevenger, der das Interface von Lightroom gebaut hat und ziemlich viel Erfahrung hat, weil der kommt eigentlich von Bryce und ähnlichen Applikationen. Und die haben schon immer relativ revolutionäre User Interfaces gemacht. Der ein oder andere Mac-User wird sich noch an Bryce erinnern, dieses Landschaftsprogramm mit dem etwas schrägen User Interface. Und der kommt aus dem Bereich hier und hat sich jetzt bei Adobe um das Interface von Lightroom gekümmert. Das ist also die Lightroom News. Und dann gibt es noch nicht allzu lange, last but not least, Höflichkeit gebietet, dass ich mich da selber am Schluss nenne. Ich habe vor einiger Zeit die Betreuung von einem Forum, das noch sehr am Anfang ist, wie Sie sehen, aber das sicher mit dem Erscheinen von Lightroom 2 ziemlich abheben wird. Hier einfach ein Forum in deutscher Sprache aufgesetzt zum Thema Lightroom, wo wir einfach Dinge diskutieren, die Probleme mit dem Programm ausmachen, Tipps, Hinweise und so weiter. Also da einfach gelegentlich mal reinschauen. Wie gesagt, das läuft noch nicht besonders lange, deswegen passiert hier noch nicht viel, aber das wird schon. Also das einfach mal so ein paar Ressourcen im Netz, die Sie zu Lightroom finden. Einfach die Augen offen halten. Es gibt noch eine ganze Reihe mehr. Das ist jetzt nur mal eine nicht repräsentative Auswahl, die ich Ihnen mal zur Verfügung gestellt habe, einfach um mal weiterzuschauen, sich den ein oder anderen nochmal anzugucken und als Ergänzung auch zu dem, was Sie hier auf dieser DVD finden. Das ist jetzt nur ein paar Ressourcen, das ist jetzt nur ein paar Ressourcen. Das ist jetzt nur ein paar Ressourcen. Das ist jetzt nur ein paar Ressourcen.